So. Bald beginnt die Weihnachtszeit. Der Schnee fällt weit und breit. Der Weihnachtsmann macht sich auf den Weg, damit unter jedem Baum was Schönes steht. Neben den ganzen schönen Dingen war auf dem Gefährt ein Logo mit vier Ringen. Dies leitet ihn sicher und geschwind durch Regen, Schnee, Eis und Wind.